Donnerstag, 13. August, 11.45 Uhr Noch immer hatte niemand Decker einen Tablet-PC oder eine Zeitung gebracht, weshalb er keine Ahnung hatte, wie es um seinen Fall stand. Inzwischen lag er in einem normalen Krankenzimmer und hatte das Gefühl, demnächst den Verstand zu verlieren. Eine Schwester kam herein, aber er fürchtete sich davor, sie um etwas zu bitten, weil er mittlerweile den Eindruck hatte, dass es umso länger dauerte, je häufiger er fragte. Also schloss er die Augen, wartete, bis sie den Infusionsbeutel gewechselt hatte und gegangen war. Dann setzte er sich im Bett auf und fuhr die Rückenlehne ein Stück hoch. So konnte er wenigstens den Fernseher einschalten. Er seppte durch die Kanäle und stieß auf einen Bericht über eine Studentin, deren Leiche auf dem Campus des King's College gefunden worden war. Offensichtlich war sie an einer Überdosis gestorben. Diese dummen Kids werfen einfach ihr Leben weg, nur wegen diesem Zeug, weil sie Spaß haben wollten. Kinder, du lieber Himmel. Was mochte Kate inzwischen über McCords Partner herausgefunden haben? Er streckte den Arm nach dem Telefon auf dem Beistelltisch aus und wählte ihre Nummer. Er spricht, sagte sie neckend, als er sich meldete. Seit wann ist der Schlauch draußen? Schon eine ganze Weile. Eigentlich sollten die Sie anrufen. Ich habe keinen Anruf bekommen, aber vielleicht war zu viel zu tun. Dürfen Sie schon Besuch empfangen? Wir steigen nämlich gerade in den Aufzug in der Krankenhauslobby. Oh, ich hatte gehofft, ich erwische sie, bevor sie losfahren. Ich brauche dringend ein Tablet oder einen Laptop, damit ich ins Internet kann. Ich habe mein altes Tablet dabei. Es ist vielleicht ein bisschen langsamer als die ganz neuen, aber es funktioniert. Danke, ich bin verlegt worden, in den vierten Stock, Zimmer 426. Alles klar, im Aufzug habe ich kein Netz, deshalb lege ich jetzt auf. Er ließ sich ins Kissen sinken und schloss die Augen, als ihn schlagartig tiefe Müdigkeit überkam. Scheiße, Kate kommt gleich. Ich darf jetzt nicht einschlafen. Donnerstag, 13. August, 12 Uhr Stirnrunzelnd steckte Kate ihr Handy ein. Seltsam. Die Schwestern von der Intensivstation hätten mich eigentlich anrufen sollen, sobald sie den Schlauch entfernen. Jetzt liegt er auf Station 4. Troy drückte den Aufzugknopf. Wahrscheinlich war einfach zu viel Trubel, wie du schon gesagt hast. Ja, schon, aber... Sie wurden vom gleichzeitigen Leuten ihrer Handys unterbrochen, als sie aus dem Lift stiegen. Kate starrte fassungslos auf das Display. Verdammt nochmal! Wie konnte das passieren? Keine Ahnung, antwortete Troy tonlos. Aber jemand hat sich Alice Newman geschnappt. Und jetzt ist sie tot. Donnerstag, 13. August, 12 Uhr Sein Handy läutete, als er gerade damit fertig war, die Überreste seiner Professormaske abzunehmen. Ja? Es ist erledigt, Professor. Erklärte Rawlings mit zuckersüßer Stimme. Sind Sie sicher? Ja. Ich hab Ihre Leiche mit eigenen Augen gesehen. Sie halten sich doch an unseren Deal, oder? Er gab Feuchtigkeitscreme auf seine von dem Kleber ausgetrocknete Haut. Wir treffen uns heute Abend. Sie wissen ja wo. Nicht mehr lange, dann sind Sie der reichste Wachmann im ganzen Knast. Der Mann am anderen Ende der Leitung lachte trocken. Ich bleibe lieber am Leben, Professor. Er erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde. Was soll das denn heißen? Das heißt, dass ich kein Idiot bin. Ich hab mich um eine wichtige Gefangene für Sie gekümmert. Aber die letzten Tage habe ich genau im Auge behalten, wer Sie so alles besucht hat. Und die Frau hatte eine Menge Besuch. Detektives, Agents, Anwälte, das ganze Programm. Wäre sie nicht brandgefährlich für Sie gewesen, hätten Sie nie im Leben so ein großes Risiko auf sich genommen. Ihm wurde eiskalt. Doch er bemühte sich um einen lässigen Tonfall. Ich bin nur der Mittelsmann und wurde angeheuert, weil ich entsprechende Kontakte zum Gefängnis habe. Unter anderem Sie. Gehört Sidney Siler auch zu Ihren Kontakten? Wut stieg in ihm auf. Ich kenne sie. Wieso? Tja, rein zufällig weiß ich, dass sie gestern Alice besucht hat. Sie hat einen gefälschten Ausweis benutzt. Und wie ich höre, wurde sie heute Morgen tot aufgefunden. Eine Überdosis verunreinigtes Koks, heißt es. Wie bedauerlich. Ich mochte sie. Vielleicht hätte sie ihren Stoff bei mir kaufen sollen. Dann würde sie noch leben. Wieder lachte Rawlings leise. Eins muss ich ihnen lassen. Sie sind ein eiskalter Dreckskerl. Ich hoffe, sie nehmen es mir nicht krumm, aber ich habe sie auf meine Liste der Leute gesetzt, denen ich Gefallen getan habe. Diese Liste habe ich an einem sicheren Ort deponiert. Falls mir etwas zustoßen sollte, wird mein Vertreter mit der Liste an die Öffentlichkeit gehen. Das ist nur eine kleine Versicherung für mich. Bestimmt verstehen sie das. Allerdings. Und ich verstehe auch, dass du ein toter Mann bist. Oder dir schon bald wünschen wirst, du wärst einer. Denn Rawlings ältester Sohn hatte ein Drogenproblem. Der kleine Timmy stand auf Koks. Und Rawlings Senior würde schon bald merken, wie der Hase lief. Wir sehen uns also heute Abend? Klar, bis dann. Er legte auf und atmete durch. Das Alice-Problem war also gelöst. Um den kleinen Rawlings würde er sich später kümmern. Jetzt galt seine Sorge erst einmal Special Agent Davenport. Er musste ihn eliminieren, um sich auf die Planung des bevorstehenden Videoshootings konzentrieren zu können. Seine neuesten Kunden hatten sehr spezielle Anforderungen an das junge Talent und waren auch bereit, für seine Mühen zu bezahlen. Und wenn sie mit der Lieferung zufrieden waren, würden sich dadurch für die nächsten Jahre hervorragende Geschäftsbeziehungen eröffnen. Das konnte den Verlust seiner Haupteinnahmequelle durch Alice und ihren Vater vielleicht aufwiegen. Donnerstag, 13. August, 12.15 Uhr Wie konnte das passieren? Wir hatten sie doch in einem Hochsicherheitstrakt untergebracht. Offensichtlich war der Trakt nicht sicher genug. bemerkte Zimmerman am anderen Ende der Leitung. Kate massierte sich die Stirn. Wie lautet die Todesursache? Gift, wie es aussieht. Möglicherweise im Frühstück. Die Gerichtsmedizinerin ist schon vor Ort und untersucht die Leiche. Jemand wollte verhindern, dass Alice plaudert, sagte Troy. Vielleicht McCord's unbekannter Partner. Aber warum erst jetzt? Es wundert mich, dass sie nicht schon längst beseitigt wurde. Wer auch immer es gewesen sein mag. Hier versucht jemand ganz gezielt alle Beteiligten. Kate unterbrach sich, als hätte sie einen elektrischen Zaun angefasst. Decker, der Täter eliminiert jeden, der etwas wissen könnte. Sie wich einem Pfleger aus, der einen Wagen voller Essenstabletts über den Flur schob und hielt ihre Dienstmarke hoch, als mehrere Schwestern ihr drohten, den Sicherheitsdienst zu rufen. Sie beschleunigte ihre Schritte, wich einigen anderen Wägelchen aus und stürzte geradewegs in Zimmer 426, wo sie entsetzt vor Deckers Bett stehen blieb. Er atmete, aber sehr mühsam. Seine Lider flatterten und er war aschfahl. Seine Lippen waren blau. Eine Pflegeassistentin in grüner Kluft stand mit einem Tablett in der Hand neben seinem Bett. Weg mit dem Tablett, befahl Kate, worauf die junge Frau es fallen ließ. Mit einem lauten Klappern landete es auf dem Fußboden und das Essen flog durch die Gegend, während sie mit erhobenen Händen und kreidebleichem Gesicht zurückwich. Kate, krächzte Decker. Etwas stimmt nicht. Ich weiß. Am Essen, das die Pflegeassistentin gerade erst hereingebracht hatte, konnte es nicht liegen. Hat Ihnen jemand etwas gegeben? Nur die Infusion. Kate lief auf die andere Seite des Betts und drückte den Infusionsschlauch zusammen, um den weiteren Zufluss zu stoppen, ehe sie sich zu der Schwester umdrehte, die in diesem Augenblick hereingestürmt kam. Jen Choi stand auf ihrem Namensschild. Seine Lippen sind ganz blau, fuhr Kate sie an. Tun Sie etwas! Verdammt! stieß die Schwester hervor und rief den Arzt, ehe sie Deckers Vitalfunktionen überprüfte. Was haben Sie mit ihm gemacht? Haben Sie seine Infusion unterbrochen? Ich weiß ja nicht, wer Sie sind, Lady, aber der Sicherheitsdienst ist schon unterwegs und schafft Sie hier raus. Ich bin Special Agent Kate Coppola, FBI. Das ist Special Agent Davenport. Offenbar wurde ihm etwas verabreicht. Was ist in der Infusion da? Verärgert sah Schwester Choi sie an. Kochsalzlösung und ein Antibiotikum. Beides hat er schon auf der Intensivstation bekommen. Das ist sogar der Beutel von oben. Das kann nicht derselbe Beutel sein, weil er auf der Intensivstation nämlich keine blauen Lippen hatte. Also, entweder Sie geben ihm sofort ein Gegenmittel gegen das, was auch immer in diesem Beutel sein mag, oder aber Sie holen jemanden her, der es kann. Die Schwester sah sie fassungslos an. Sie glauben, jemand von uns hat das getan? Kate holte Tiefluft. Vor wenigen Minuten haben wir einen Anruf bekommen, der den Verdacht nahelegt, dass jemand versuchen könnte, Agent Davenport zu töten. Kate. Decker fiel es sichtlich schwer, Blickkontakt zu halten. Jemand war hier und hat den Beutel ausgetauscht. Aber nicht sie. Die Schwester sah erschüttert aus. Der Arzt sollte jeden Augenblick hier sein. Das sieht nach einer Opiat-Überdosierung aus. Okay. Erst jetzt merkte Kate, dass Troy verschwunden war. Vermutlich verhandelte er draußen mit dem Sicherheitsdienst. Sie wandte sich wieder an die Pflegeassistentin. Das Tablett können Sie liegen lassen. Es ist ein Beweismittel. Bitte warten Sie draußen auf dem Flur. Gehen Sie nicht weg. Ich muss sie später noch sprechen. Das Mädchen nickte und floh aus dem Zimmer.